Musik Häufig, fast allzu häufig, meine verehrten Zuseher, haben wir in dieser Sendereihe von Schriftstellern sprechen müssen, deren Karriere durch irgendein Unheil in Gang gesetzt wurde. Früher Tod des Vaters, Ruin des Großvaters, Schulden und welche Gestalt der Kalamitäten auch immer annahmen. Umso mehr freut es mich, Ihnen heute von einem Schriftsteller berichten zu können, bei dem, so schreibt er in seinen Erinnerungen, die Laufbahn sehr viel glücklicher begann. Ich darf zitieren. Und hier gedenke ich jenes viel weiter zurückliegenden Tags, an dem die Mama mich aus dem Kinderbettchen mit dem grün gestrickten Gitter emporhob, in ein weißes Kleid steckte und auf einen Stuhl an das Tischchen setzte, an dem mein erster Lehrer, ein Herr Frankel, mich zur ersten Lektion erwartete, mit dem Finger auf die aufgeschlagene Fibel und in gütigem Ton begann. Siehst du, das ist ein A. Auch so kann eine Einführung in die Literatur beginnen. Der so vom Schicksal Begünstigte hieß Arthur Schnitzler. Er war damals fünf Jahre alt, mit dem schreiben wir das Jahr 1867. Der Ort ist naturgemäß Wien, selbstverständlich Wien. Wenige Schriftsteller werden so mit einem Ort verbunden, wie Schnitzler mit der österreichischen Hauptstadt, mit einem erinnerten, erträumten, bisweilen auch erdichteten Wien. Die Zeit, in der er als Dramatiker und als Novelist berühmt wurde, wird je nach Standpunkt des Betrachters die Belle Epoque oder das Fondessiecle genannt, die schöne Epoche oder das Ende des Jahrhunderts. 1866 hatten die Österreicher eine schmerzhafte militärische Niederlage gegen Preußen erlitten. 1873 sollte Wien mit der fünften Weltausstellung zeigen, dass das Land wieder zur vollen Blüte gekommen war. Es war eine Zeit, in der das Rollenspiel, die Demonstrationen, die Gäste, auch das Dekor im privaten wie im öffentlichen Leben eine ganz besondere Rolle einnahmen. Der gehobene künstlerische Geschmack wurde durch den Künstler Hans Mackert bestimmt. Wenn Sie, verehrte Zuseher, an üppige Wandbänge, an ausladende Kohnleuchter und schimmernden Plüsch oder besser noch Doppelplüsch denken, dann liegt Ihre Vorstellung ganz richtig. Für das Bürgertum war Optimismus die Pflichtreligion. Das half nicht immer. In jenem Jahr 1873 erlebten die Wiener nämlich auch den größten Börsenkrach ihrer damaligen Geschichte. Arthur Schnitzlers Familie gehörte zum gehobenen jüdischen Bürgertum. Der Vater war ein berühmter Professor für Kehlkopf-Erkrankungen. Auch die Mutter stammt aus einer bekannten Arztfamilie. So lag es mehr als nahe, dass der junge Arthur eine ähnliche Karriere anstreben sollte. Klar, es hatte sich schon früh gezeigt, dass dessen Herz mehr für die Literatur schlug. Doch der Beruf eines selbst nicht sonderlich begabten Mediziners, so fand der Vater nicht ganz zu Unrecht, bietet in aller Regel mehr ökonomische Sicherheit als der eines hochbegabten Literaten. Und Vater Schnitzler übte einigen Druck aus, damit auch sein Sohn dieses begreife. Schnitzler absolvierte also mehr widerwillig sein Medizinstudium, wurde 1885 promoviert, arbeitete dann als Assistent seines Vaters, später in seiner eigenen Praxis. Das erzähle ich Ihnen, meine Damen und Herren, nicht der biografischen Vollständigkeit halber, sondern weil die medizinische Tätigkeit in manchen Punkten den Schlüssel auch für das literarische Denken und Arbeiten lieferte. Dabei kommt es mir ganz besonders auf zwei Aspekte an. Einmal, wir bewegen uns in der Zeit kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert, einmal spielten selbst bei der Behandlung der an Hals, Nasen oder Ohren leidenden Patienten noch die Techniken der Suggestion, mehr noch der Hypnose eine recht bedeutende Rolle. Beide Techniken haben mit dem menschlichen Bewusstsein, dem Unterbewusstsein, der Selbstbestimmung, dem freien Willen zu tun. Das wurden die zentralen literarischen und psychologischen Themen jener Jahrzehnte. Nun war, und das ist zum zweiten Schnitzel, aber kein Systematiker. Er orientierte sich an Fallbeispielen. Da gab es zwar verbindende Themen, doch kein Fall konnte je mit einem anderen übereinstimmen. So ein Umstand kommt der Literatur sehr entgegen. Sieh an, verehrte Zuseher, wohin ich sie führen will, in die Welt der Seelenkunde. Die Lebensläufe von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler verlaufen ja fast parallel. Die beiden kannten, schätzten und lernten auch voneinander, doch Schnitzler hielt immer einen höflich vorsichtigen Abstand zur Systematik von Freud, bei dem diese zu rigide erschienen. Nehmen wir eine der ganz frühen Novellen. Sie trägt den Titel Sterben und erzählt von Felix und seiner Geliebten Marie. Der junge Mann erfährt, dass er wegen einer Lungenkrankheit nur noch ein Jahr zu leben hat. Marie verspricht, mit ihm gemeinsam zu sterben. Das kettet die beiden Liebenden zunächst noch stärker zusammen, doch nach und nach melden sich auch immer stärker wachsende Ansprüche auf Selbstbestimmung. Erst wird dem jungen Mann die Liebe von Marie zu beklemmend. Er möchte frei sein, jetzt wo er nur noch so kurz zu leben hat. Umgekehrt empfindet Marie gegen Ende der Erzählung ihren Treueschwur wie einen Anschlag auf ihr Leben. Schließlich stirbt Felix. Marie wird aber von einem Arzt gerettet. Schäme mich ein wenig, meine Damen und Herren, für diese dürren Worte meiner Nacherzählung. Umso mehr werden sie es genießen, wenn sie die klare, empfindsame, wunderbar abgestimmte Sprache Schnitzlers im Original nachlesen. Und es geht naturgemäß nicht nur um die Sprache, es geht auch um einen atemberaubenden Handlungsablauf, der einen ganz, ganz großen Dramatiker ankündigt. Und noch ein Wort zur Sprache. Schnitzler führt in dieser Novelle ein in der deutschsprachigen Erzählkunst zuvor nur ganz, ganz selten und nie so virtuos benutztes Ausdrucksmittel ein, den inneren Monolog. Es ist nicht mehr der allwissende Erzähler, der uns berichtet, was in dem Helden vor sich geht. Der Held spricht zu sich selbst, befragt sich, zweifelt, muss dabei aber keiner strengen Logik folgen, redet also praktisch so, wem die Gedanken gerade kommen. Und merkt natürlich nicht, dass wir, die Leser, ihn beim Entwickeln der Gedanken verfolgen. Liebe und Tod, das sind die beiden Pole. Sigmund Freud, der Wissenschaftler, sprach von Eros und Thanatos, was gravitätischer ausgedrückt dasselbe bedeutet. In dieser Freizügigkeit waren diese Themen auf der Bühne oder in der Literatur noch nie so unverstellt angesprochen worden. Kein Wunder, dass das Publikum skandalisiert war. Kein Wunder, dass nach Zensur, nach geeigneten Maßnahmen gerufen und dieser Ruf von einer geneigten Obrigkeit auch oft genug erhört wurde. Für Schnitzlers Wirken gibt es dafür eine Reihe von Beispielen. Ich greife nur zwei Fälle heraus. Die Novelle Leutnant, also Leutnant Gustl, die im Jahr 1900 erschien und das Theaterstück der Reigen, das 1900 bereits im Privatdruck zirkulierte, doch erst 20 Jahre später in seiner vollständigen Form aufgeführt wurde. Zunächst kurz die Geschichte der Novelle. Leutnant Gustl langweilt sich an einem Wiener Konzertabend, drängt nach dem Ende erleichtert an die Garderobe, rempelt dort einen Besucher an, der ihn empört einen dummen Buben schimpft und ihm droht, den Säbel aus der Scheide zu ziehen. Die Waffe tatsächlich anlangt. Das ist ein Skandal. Aber der Leutnant ist machtlos. Einmal, weil der andere stärker ist als er. Zum Zweiten und viel entscheidender, der Kerl ist ein einfacher Bäckermeister, den Leutnant Gustl aus seinem Kaffeehaus kennt. Und das bedeutet, er ist nicht satisfaktionsfähig. Der Leutnant kann die Kränkung, die ihm seiner Waffe, damit dem ganzen Militär widerfahren ist, nicht wie sonst üblich durch ein Duell aus der Welt schaffen. Also beschließt er sich gleich am nächsten Morgen, eine Kugel in den Kopf zu schießen. Die Nacht wandert er durch den Prater. Am Morgen beschließt er sich, vor dem Tod noch ein letztes Frühstück zu genehmigen. Im Kaffeehaus erfährt er dann, dass in der Nacht ein Wunder geschehen ist. Ein veritables Wunder. Sein Beleidiger ist am Schlaganfall gestorben. Dieses Wunder ist, wie unser Held es ausdrückt, ein Mordsglück. Schließlich erspart es ihm die Kugel. War das österreichische Militär wegen dieser offensichtlichen Satire beleidigt? Jawohl, es tat Schnitzel den Gefallen. In einem Schnellverfahren wurde ihm unverzüglich der Rang eines Reserveoffiziers aberkannt, den er sich als Militärarzt erworben hatte. Diszipliniert hat es unseren Autor übrigens nicht. Als der Erste Weltkrieg ausbrach und auch ganz Wien die meisten Intellektuellen eingeschlossen, sich vor Kriegslust nicht zu halten wussten, zählten Schnitzler und sein Freund Karl Kraus zu den wenigen Künstlern, die sich der Massenbegeisterung nicht hingaben. Ärger mit den Autoritäten gab es mit hin ständig. Am heftigsten nach der Uraufführung der Komödie Reigen. Vollständig heißt der Titel Reigen zehn Dialoge. Und in der Tat geht es um zehn Szenen oder Halbszenen, um zehn Personen und um zehn Liebesakte. Eine Dirne bezirzt einen Soldaten. Der Soldat erobert das Stubenmädchen. Das Stubenmädchen wird von dem jungen Herrn erobert. Der junge Herr stellt einer verheirateten Frau nach. Die verheiratete Frau gibt sich ihrem Ehemann hin. Der Ehemann vergnügt sich mit dem süßen Mädel. Das süße Mädel erliegt dem Zauber eines Dichters. Der Dichter verfällt einer Schauspielerin. Die Schauspielerin erringt die Kunst eines Grafen. Der Grafen landet bei der Dirne, die wir aus der ersten Szene kennen. Der Kreis der Reigen hat sich geschlossen. Sie haben mitgezählt, meine Damen und Herren. Soldat, Stubenmädchen, junger Herr, verheiratete Frau, Ehemann, süßes Mädel, Dichter, Schauspielerin, schließlich Graf. Genau, das sind die zehn Personen. Und sie tragen keinen Namen, denn sie stehen für Positionen in der Gesellschaft von unten nach oben und wieder zurück. Und doch ist jede Figur ein unverwechselbares Individuum. Ein bedeutender deutscher Germanist hat darauf hingewiesen, dass diese dramatische Form des Reigens eine große Verwandtschaft mit spätmittelalterlichen Mysterienspielen ausweist mit dem Totentanz. Oder denken Sie an modernere Stücke, etwa an den Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal. Der Eros, die Sexualität so etwa, lautet die Botschaft, ist eine ebenso universelle Macht wie der Tod. Und damit wären wir wieder bei der Europäischen Gesellschaft um 1900 bei den diese so skandalisierenden Thesen der Seelenkunde. Ganz zu Anfang dieser Sendung, sehr verehrte Zuseher, haben wir darüber gesprochen, wie eng das literarische Schaffen von Arthur Schnitzler mit der Stadt Wien zusammenhängt. Nun dürfen Sie hier um Gottes Willen nicht an einen Pralinenschachtel Wien denken, an Abende beim Heurigen und gelassen äpfelnde Lippizaner in der Hofreitschule. Für Schnitzler war seine Stadt der Nährboden für all jene kulturellen Blüte- und Verfallserscheinungen, die er als Schriftsteller beschreiben, sezieren und in Personen zum Leben wieder erwecken konnte. Dieses Erschaffen von Individualität und gleichzeitiger Allgemeingültigkeit war Teil seiner Genialität. Und Wien war dabei so genau getroffen, dass lange Zeit Bühnen in Deutschland zur Aufführung seiner Werke stets Kollegen aus Österreich engagierten. Hat es ihm die Stadt gedankt? Nun ja, später. Als er 1931 starb, hatte sich der Antisemitismus auch dort bereits so sehr ausgebreitet, dass er ihm Stoff für seine Stücke bot. In seiner Kindheit hatte er derlei noch nicht erfahren, wie er in seiner Autobiografie schrieb. Es war eine behütete Kindheit, wir haben davon gesprochen. Und deswegen darf ich Ihnen zum Ende die ersten zwei Zeilen des allerersten Gedichtes vortragen, das der kleine Aritur im Alter von sieben nach einem Opernbesuch verfasste. Figaros Hochzeit ist vorbei, doch immer noch hört man Arthurs Geschrei. Auch in der Selbstironie kann man von einem begnadeten Schriftsteller reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017